Jogas Wurst abtubt die nächste ist Berkwürttemberg Porto Final Fantasy 13 305 Part 35 jetzt und wie versprochen so schnell wie möglich der Volk war so nah wie konnte Schicksal so grausam sein wir suchen nach der Sieges Tafel ein Wert von Artefaktes Symbol der Antiken Stadt Pater dieses was in just dem Moment okay Übersetzungsfehler als ich die Tafel nach Lager suchte endlich in der Nähe von sie ausgestattet fand wurde ich in der Paradox erfassen mein Traum war es mit dieser großartigen Entdeckung berühmt zu werden ich muss sie entziffern bevor sie jemand anderes tut das haben wir ist das die Tafel danke dafür zu sehen kann es wirklich wahr sein hier ist geschrieben dass Patera vor allem schrecklichen Monster eingesucht wurde ohne die Serien wird in der Stadt ausgelöscht worden wenn man die Kreatur irgendwo in dieser Gegend in der Zeitblase er hat bereits da für mich gefunden aber wir können sie vielleicht noch mehr über die Kreatur in Erfahrung mit okay das heißt wir müssen Monster wipen erst mal speichern speichern damit what the fuck is wrong with me doch um I don't get it okay 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 now come on do so good we can find some sort of answer in the ruins we sent it in ruins what is up nein nein ah so Diese kleinen Viecher regen mich auf. So, eins ist weg. Du verlierst dein Schockteil da nicht. Und jetzt wirst du gekillt. Komm, mach ihn fertig. Noch einen Schlag. Okay, dann halt nicht. Dann machen wir es. Und jetzt bist du dran. So, und jetzt. Tschüss. So, bleib schon oben. Oder so. Vergiftet, jawohl. Medica in your face, Alter. Was sagst du dazu? Jawohl, perfekt. No. Sehr gut. Und bam, das war's. Jawohl. Ne, nur die Monster sind gestorben. Alright then. Mal gucken, was wir hier finden. Wenn wir hier überhaupt was finden. Ich war im Licht. Ihr habt's gesehen. Jawohl, hier ist ein Chocobo. Und so. Kommt's jetzt? Hoffentlich ist es nicht zu stark. Sonst wär's Bullshit. Das müsste doch hier sein, oder? Wie die meisten halt. Nein, nicht das. Okay. Vielleicht irgendwo. Obwohl, wartet mal. Ich guck. Vielleicht. Wir müssen da hin. Ja, wir müssen da hin. Damn. Hätte ich einfach früher drauf geguckt. Let's move it. Und schon wieder verkackt, Mike. Hätte ich einfach drauf geguckt, die Idiot. Egal, passt. Ja, genau. Ich bin für jetzt. Die Ungemonenung. Move it. For the Chocobo. So, Freaky Ride, das Chocobo. So. Bam. Ah, okay. Also ein zweites. Weil da unten war ja noch eins. Hm. Hm. Ja. Es könnte jetzt etwas länger dauern. Zum Glück sind wir am Anfang des Parts. Sonst würde ich hier verzweifeln. For real. Ah, das Spiel wieder. Das kann echt lange dauern. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal gucken. Nein. Nein. Ich hätte die Dinger da lassen sollen. So, nochmal. Zuerst du. Dann du. Dann du. Dann du. Dann du. Dann du. Eins, zwei, drei müsste passen. Genau gegenüber. Ah, damn. Ja. Scheiße. Fast. Dann müssen wir. Fangen wir mal mit der fünf davon. äh, mit der mit der eins hier an. Mal gucken, wo uns das hinbringt. Auf die eins. Und wenn ich jetzt zwei und eins und fünf. Okay. Zwei, eins, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann eins. Dann von hier aus drei. Eins, zwei, drei weg. Eins, zwei, drei, zwei. Ja, das müsste so stimmen. Okay, fette Rechenfehler. Doch, richtig geil. Habe ich doch richtig überlegt. Yes. Okay, das ging leider nicht so schnell. Sorry, guys. Machen wir es mal nach dem alten Prinzip. Eins, zwei. Gibt es eine drei? Ja. Keine vier. Okay, jetzt mal überlegen. Nehme ich die eins. Dann habe ich entweder drei oder vier. Eins, zwei, drei. Und dann wieder drei. Eins, zwei, drei. Wäre nichts. Eins, zwei, drei. Wäre nichts. Eins und die vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir hier eins. Und vier. So. Nehmen wir von dort aus zwei. Wo wir sowieso jetzt keine andere Wahl haben. Eins, zwei, drei. Schissen nicht. Hä? Verkackt. Ja. Fett Verkackt. ätig. Gangster bin ich. Gangster. Wir müssen irgendwie die vier da loskriegen. Und die kriegen wir entweder mit. Ähm. Mit der vier. Eins, zwei, drei. Nein, nicht mal. Die kriegen wir gar nicht. Die muss direkt als erstes weg, so gesehen. So, die 1 sollte mal bleiben. So, jetzt entweder die 1 oder die 1. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, müsste passen. Müsste passen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt müsst ihr auf der 1 landen. 1, 2, 3, jawoll. Jawoll. Yes. Sorry, dass ich das nicht gleich auf Anhieb hinkriege. Wir verschwenden hier wieder ziemlich viel Zeit, aber es ist halt so, wie es ist. Ähm. 1, 2, 2, 3, ja komm. Dann hier wieder die 1. 1, 2, 3, 1, 2. 2 von dort wären dann 3, wären 4. Ja. 2. 3. 4 von hier wären 2 und 2 wären 5. Yes. King. Eiskalt. Sehr schön. Gerade das letzte direkt hinbekommen, Alter. Läuft bei mir. Ja, ich weiß, wie es ist, 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 wie es ist. Der Schmerz der Schmerz hat die Stadt von Padra und hat einen Schmerz auf ihre Residenz. Nur ein Schmerz der Schmerz hatte die Kraft für die Schmerz. Ich hatte ein starkes Gefühl, dass wir diesen Schmerz in der Labyrinth sind. Aber wir waren nicht. Es gab keinen Schmerz von ihm. Aber trotzdem, etwas ist falsch. Ich kann mich nicht helfen, dass es etwas, was wir nicht sehen können, von uns entfernt. Ich habe mich mit einem Gefühl, dass es nicht so ist. Okay. Ur-Artefakt. So. Ich gucke mal kurz wegen der Mission. Fragmente. Raumzeiten. 100. Eins fehlt uns noch. Wo war das? Wo war das? Vielleicht... Ich könnte mich irren. Aber let's try. Mit unserem Chocobo kommen wir sowieso schneller dahin. Stopp Fragmente. Das heißt, ich brauche keine Mission machen. Ich kann direkt zu diesem Zeitportal runter. Aber ich gehe trotzdem mal dahin, wo ich eigentlich hinwollte. Wo mir das Chobo die ganze Zeit abhaut. Mein früherer Boss war er. Er war ein neuerer Mann. Okay, doch nicht. Egal. Dann gehen wir mal zum Portal, und kriegen wahrscheinlich dort das letzte Fragment. Ihr müsstet wissen, wo das ist, und dann hauen wir von hier ab. Der mit. Ja, total. Haltet doch einfach die Schnauze. So, wo ist das Portal? Da müssen wir hin. Sonst kommen wir hier auch nicht weg. Ja, doch eigentlich schon durch Start und dann zur Chronosphäre, aber ihr wisst, was ich meine. So, wo ist das Chocobo? Dann wäre hier der Paradox erstmal aufgehoben. Und durch das Chocobo kommen keine Monster, das freut mich natürlich. Weil, ich hab nichts gegen Training, aber das kann man doch nicht Training nennen. So, da müssen wir erstmal das hier schaffen. Okay, noch eins. Ich weiß nicht, wie lange das gehen könnte. Ah, das ist aber einfach. Eins und zwei sind eins und zwei. Ich probiere es jetzt einfach, weil der vergeht die Zeit ziemlich schnell. Okay, verkackt. Ja. Eigentlich ziemlich einfach und ich hab's trotzdem verkackt. Respekt an mich selbst. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Rätsel eins gelöst. Das könnte noch ziemlich viel schwieriger werden. Ziemlich viel schwieriger ist überhaupt deutsch. Ich glaub nicht. Eins, zwei. Und eins, zwei leiten zu drei. Mann. Eins, zwei, drei. Hä, gar keine Zeitvorgabe. Okay. Also eins, zwei, drei. Dann machen wir... Machen wir das. Dann machen wir das. Und verkacken. Ich wollte die zwei eigentlich zuerst wegbekommen. Also für die zwei ist die eins und dann die zwei. Und um auf die zwei zu kommen, brauchen wir eins, zwei, die drei. Und von der drei eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Führt nichts dran vorbei. Und von der zwei kommen wir auf die zwei, wo wir auf die drei kommen. Und von der drei kommen wir auf die zwei. Lass es uns probieren. Okay, jetzt hab ich's grad falsch rum gemacht. Nein, verkackt. Fangen wir mal direkt mit der drei da an. So wie ich's eigentlich geplant hatte. Dann von hier die drei. Die eins. Eins, zwei, nichts. Eins, zwei, ja. Eins, zwei, ja. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Also war's doch richtig so. Und das hätten wir jetzt auch. Aber warum gibt's hier keine Zeitvorgabe? What the fuck? So, jetzt vielleicht. Nein, auch nicht. Na doch. Eins. Vier. Vier. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich muss eins von den zwei neben dem Anfang lassen. Okay, jetzt hat sich's eh geändert. Zwei. Eins. Vier. Eins, zwei, drei. Vier, wirft fünf. Nichts. Fuck off. Du. 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 Dann. Du. Du. Dann. Du. Dann. Du. Dann. Du. Dann. Du. Dann. Du. Und dann. Du. So, endlich. Endlich. Ich habe es in einem Paint-Dokument aufgezeichnet. Oh, no. What the fuck? No, please. No. Okay. Einmal guess-try. For all your... Was? Sog eine 6? Dein Ernst? 1, 2, 3 geht nicht. 1, 2, 3 geht nicht. Also muss die 3 die letzte sein. 1, 2, 3, 4 geht nicht. 1, 2, 3, 4, 3 von dort.